Willkommen auf dem Kanal von MeldebonMTG. Heute wieder mit einem neuen Unboxing. Wir öffnen ein Display War of the Spark und dazu gibt es eine Verlosung. Diesmal verlosen wir einmal die Easter Dragon Mud Art Sleeves von Dragon Shield und passend dazu Perfect Size 100er von Blackfire. Details kommen wieder in die Videobeschreibung und als weitere noch dem Intro. Bis gleich. Wie versprochen die Details zur Verlosung. Es reicht wie bei den letzten zwei Verlosungen einfach einen Kommentar unter dem Video zu hinterlassen und den Kanal zu abonnieren. Ich werde dann unten in der Videobeschreibung noch hinterlegen das Datum bis wann das gilt und an dem Tag wieder ein Video kurz machen, wo eben über seinen Random Common Picker derjenige gewonnen hat, ausgelost wird. Teilnahme wie immer nur in der EU, weil schicken auslöpfernd EU einfach zu teuer ist. Gut, das war es einmal für die Verlosung. Jetzt endlich wieder einmal ein Display von War of the Spark. Gute Pools. Mir fehlen für meine Planeswalker Sammlung noch ein paar Planeswalker. Unter anderem die Liliana, Chandra und ein Gideon war gleich noch der gefiltert. Erstes Booster. Hoffen wir nicht auf zu viel von den Finale Karten. Diesmal werde ich den Preis wieder einblenden. Schaheli. Und die Bio Essence Hydra. Chaos. Leichten Mess. Benzucker CD wieder extra. Solar Blaze. Und eine Foil war dabei. Da war keine Foil dabei. Das waren nur die verrückten Karten. Weiter geht es mit einer Tamiya. Momentan vom Value her nicht viel wert, die Tamiya. Aber die geht noch anziehen. Definitiv spielbar. Und in Formaten wie Commander und so. Immer brauchbar. Uh, sehr gut. Rall Storm Conduit. Und so. Planeswalker auf diese Seite. Normaler Rears auf der andere. Die Jaya. Und Oat of Kaya. Und die erste Foil, Guild Globe. Die Kasmina. Wo leider noch nicht zu viel Backstory verfügbar ist. Und als Rear Atomic Distinguished Addo Kist. So. Und eine Kiora. Ist mit der Bio Essence Hydra. Got ein guter Stack. Und Ignite the Beacon. Die Combo, wo man 3 oder so schon den 10-10er rauskriegt. Also die Hydra mit 10-10. Und dann. Einmal die Chandra. Sehr gut. Sammlung komplett. Also Chandra-Ebene zumindest. Das Plainswalker-Land. Und Missium Tank. Die Vraska. Und Casual Disasor. Leider nicht wirklich was wert. The Wanderer. Und Awakening of Vitugazi. In der Domine. Und das ist ein cooles Artwork. Deliver unto Evil. Da gibt es auch die Playmate davon. Das sticht so richtig raus. Weil es so old-style ausschaut. Also. Ich muss schauen. Aber die Playmate für den ich noch kriege. Die hätte ich echt gern. Die schaut nämlich. Echt cool aus. Wie Mocken vielleicht schon aufgefahren ist. Ich tue meistens die Playmates wechseln. Bei den Videos. Der Elder Spell. Aber ich habe sogar noch 15, 20 verschiedene Playmates da. Das heißt so oft wechseln ist auch nicht möglich. Und ein paar meine Lieblings Playmates benutzen ich immer wieder. Ein Chase. Chase Wilder of Mysteries. Foilmäßig sind wir jetzt noch schlecht unterwegs. Das heißt ein Foil. Ups. Wir haben gespoilert. Jetzt kommt der T-Bart. Und dann kommt Single Combat. Und da haben wir das Foil. Hard Warming Redemption. Diesmal sehr interessant. Die Karten unten. So wie diese. Spotlight Act 3. Draufsteht. Nicht so wie da. Einfach nur Ankammern. Und steht dann dabei. Welchen Akt von der Story. Das dazu gehört. Ich bin mir nicht bewusst. Ob das bei den alten Karten auch schon mal vorkommen ist. Ob das erste Mal diesmal auf dem Set. So gedruckt worden ist. Inahiri. Und Whitespad Modality. Und so ein Citizen Token. Äh. Jetzt haben wir viele gesehen noch. Die Screeches All Colors. Oh. Da ist die Mythic. Median Black Blade. Und ein Foil. Chandra. Venerated Fire Mage. Ich schreckt immer auch die Foil. Chandra ist der Rare. Aber so weit sind wir noch nicht. Die Nissa. Sehr gut. Nissa who shakes the world. Guter Namen. Und der Angraff. Ah. Sehr schön. Blast Zone. Gute Karte. Mit auch in anderen Formaten schon. Spiked auf dem Preis ein bisschen und wird sicherlich noch einiges am Play sehen. Ah. Da die Fähre. Die Fähre Time Roller. Sehr gut. Ich habe da. Ein bisschen gleich machen. Meine Länder verschieben. Die Arlin. Und der Time Vibe. Wort Vibe mit Single Creature retten. Leider das Sorcery. Der Durchsearch. Nicht unbedingt jetzt effizient zu spielen. Aber ja. Noch ein Domin. Und die Reiflichkeit war. Und die kleine Shieldmatch. Tego die Shieldmatch. Und Dreadhought Arcanist. Nötig. Bis auf den Gideon. Habe ich jetzt noch nicht viel gesehen. Also. Box halt schon auch sehr zurück. Ob man das da noch ein bisschen an Push gibt. Die Hurtli. Ah. Da kommt schon die Finale Karten. Die Blaue. Und ein Foil Land. Und die Kuppel runter. Ein Foil Swamp. Der Eschjog. Uh. Der grüne Gott. Der Ronas. Sehr gut. Drei müßig bis jetzt. Die Schaheli. Die ist auch sehr gut. Die Karte. Und das U-Boot. Kasmina. Und Dreadhought Invasion. Oh. Sehr gut. Die Liliana Dreadhought General. Als Foil. Wow. Yes. So wollen wir es sehen. Wunderschön. Die legen wir hier oben hin. Eine Liliana Foil. Jetzt muss ich noch eine normale Liliana ziehen. Weil ich habe auch noch keine in Non-Foil. Und für mein Sonnenbau ist es in Non-Foil. Und ich habe mir voll schön mitgekommen. Ich sammle keine Feuer. Die Feier. Sehr gut. Da mache ich jetzt in Kürze ein Commander Deck dazu. Also es ist schon zu 50% fertig. Mir fallen ein paar Spells. Die werden erst bestellt. Mit meinem nächstes, neuesten Commander Deck. Falls es mich interessiert. Kommentar hinterlassen. Ich würde danach so ein Deck Deck Video machen. Ganz bestchen. Das ist eine gute Karte. Ich habe mich jetzt ein bisschen anders gestalten, wie die anderen, was jetzt da so gebaut werden. Soweit man halt Möglichkeiten hat, weil doch die Grundstrategie hervorgehen ist. Enter the God-A-Durnals. Noch X-Team-Booster. Dann haben wir diese Box durch. Und ein Sorin. Sorin Ventral Bloodlord. Und ein Feier. Honor the God-Pharaoh. Dann. Noch ein T-Bald. Und ein Storff Deck. Death-Karin Lich. Könnte man auch ein Commander Deck drumherum bauen. Dann würde sich er anbieten. Der hat auch eine gute Unique Ability. Ah, Mobu. Der wird auch noch play sein. Ob Nixil ist. Und? Ah, noch ein Mythic. Niff Missed Reborn. Habe ich auch nicht gezogen. Haben wir jetzt im letzten Commander Video, also Brawl, haben sie gespielt bei Common Zone. Und dort hat sie ein Commander Deck gegeben damit. Also Brawl Commander Deck. Ist kein richtiges Commander. Die Kaya. Und. Soul Diviner. Und letzten zwei Booster. Nochmal die Nahiri. Und der Wibbelwub. Wenn man den ausspricht. Und ein Foil Cream Image Def. Und das letzte Booster. Dovin Sveto. Sehr gut. Die Kaya nochmal. Und Mobilized Distract. Gut. Danke fürs Zuschauen. Man sieht sich im nächsten Video. D